Wow, ein echt verdammt gutes Video über ein Unboxing von einem Backforce One Plus. Wer ist dieser Typ? Er sieht aus wie ich. Er ist ich. Ich bin es, Onkel Boogie. Und wenn du wegen diesem Video jetzt eingeschaltet hast, bzw. ich verlinke es euch nochmal, falls du nämlich nicht dieses Video kennst, kann ich es dir gerne mal verlinken. Es wird oben in der Ecke auftauchen und dann kannst du es dir mal anschauen. Aber vielleicht bist du auch genau wegen diesem Video nun hier und möchtest das Fazit hören. Das Video auf dem Bildschirm ist vom 24.03. Wir haben mittlerweile Ende Mai. 29. ist es heute? 28.? Ne, 29. glaube ich sogar. Und ich hatte in dem Video, in diesem besagten Video, gesagt, dass ich euch ein Fazit-Video erstellen werde. Also von daher muss ich erst mal entschuldigen. Aber was haben wir denn überhaupt? Worum geht es denn in diesem Video? Also es geht um Folgendes. Es geht darum, wie ist das Fazit nach einer gewissen Zeit mit dem Stuhl? Habe ich ihn zurückgegeben? Nein, ich sitze ja noch drauf, wie man sieht. Aber wobei, ich habe ihn doch zurückgegeben. Oder? Er wurde getauscht? Kommen wir auch noch gleich drauf dazu. Und ich werde das Fazit ziehen. Und ich werde eure vielen Kommentare, die ihr unter das Video geschrieben habt, ich habe mir davon Teile der Kommentare mal rausgenommen. Und was? Was ist das? Das sind die Kommentare. Warum sind die jetzt schon hier? Jetzt geht mal weg. Ihr kommt noch. Wir kommen noch zu diesem Punkt mit den Kommentaren. Die haben es wieder so eilig gehabt, die Kommentare. Aber wir werden die Kommentare bringen und werden darüber reden. Wir werden uns auch die einzelnen Punkte mal anschauen und dazu dann Stellung beziehen. Also worum geht es erstmal? Ich hatte vorgehabt, wie gesagt, am 24.03. dieses Video veröffentlicht und hatte vor, kurz darauf, ich weiß nicht, ihr habt mal geschrieben was von zwei Wochen. Habe ich wirklich zwei Wochen versprochen? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht war es auch im Monat, ich weiß es nicht. Aber auch das, wir haben den 29. Mai. Das heißt, wir sind ein bisschen von der Zeit drüber. Daher erstmal Entschuldigung. Aber warum sind wir von der Zeit drüber? Es gab einen entscheidenden Faktor. Mir ist der Stuhl, was heißt, der ist kaputt gegangen? Er war schon kaputt. Und noch nicht ausschalten, wenn du jetzt sagst, ich habe es doch gewusst, der Stuhl, der taugt nichts, der geht kaputt. Darum geht es nicht. Ich habe ihn ja immer noch hier. Ich hätte ihn ja auch zurückgeben können und mein Geld zurückverlangen können. Oder ich hätte es auch zurückbekommen. Man hat ja eine Rückgabe recht von 14 Tagen, glaube ich. Also nagelt mich nicht fest, sind es 14 Tage? Ich glaube. Ansonsten schaut mal auf der Herstellerseite nach. Aber ist erstmal egal. Worum geht es? Ich hatte den Stuhl am 22.03. bekommen. Am 20.04. Also erstmal schon beim Aufbau hat er eine leichte Schräglage gehabt. Ich kann mal ein Bild zeigen. Ich glaube, hier oben ist ein bisschen Platz, oder? Ich schaue mal, ob jetzt taucht da ein Bild auf. Man sieht es vielleicht mit der Wasserwaage. Also er hat eine minimale Schräglage gehabt. Also nicht schräg nach hinten. Das wäre ja noch wie Kippmechanismus etc. Nein, er war ein bisschen schräg. Also so seitlich schräg. Aber wirklich minimal. Man hat es aber gesehen, weil aufgefallen ist es mir vor allem, wenn ich an den Schreibtisch herangefahren bin. Er hat ja Armlehnen hier. Und hier neben, wie ihr sehen könnt, sieht man meine Hand, ich glaube schon, passt gerade so meine Hand zwischen die eingestellte Höhe der Armlehne und der Tischoberkante oder Tischunterkante der Tischplatte. So rum. Und wenn ich dann auf der rechten Seite reingegangen bin, war dieser Spalt nicht da. Das heißt, ich hatte einen Höhenversatz von den beiden Armlehnen, obwohl sie gleich hoch eingestellt waren von, ja, weiß nicht, anderthalb Zentimeter, anderthalb, zwei Zentimeter. Ich selber habe es beim Sitzen nicht gemerkt. Irgendwie von wegen, oh, irgendwie einseitige Rückenschmerzen oder sowas. Nee, hatte ich nicht gemerkt. Aber ich habe das, mir ist es aufgefallen. Da dachte ich erst mal so, wer weiß, die Armlehnen vielleicht nicht auf die richtige Höhe eingestellt. Hab die Armlehnen, die Armlehnen auf die niedrigste Position gestellt, Wasserwaage drauf, auf die höchste Position, Wasserwaage drauf und dann auf die Sitzfläche. Und wie gesagt, auf dem Bild könnt ihr es sehen, es gibt eine leichte Diskrepanz. Und was war dann gewesen? Ich dachte mir dann so, am 20.04. komm, ich schreibe mal an Backforce eine E-Mail, dass der Stuhl eben schief ist, was wir machen können. Weil die Frage ist halt, hat der Support auch gleich gesagt, also Support ohne Spaß, Lob an den Support, anderthalb Stunden später habe ich eine Antwort-Mail gehabt. Eine ausführliche Antwort-Mail mit verschiedenen Optionen, die mir angeboten wurde. Aber da kann ich vielleicht mal kurz ein bisschen was zu sagen. Also mir wurde angeboten, es könnte ein Austausch, es könnte eine Reparatur erfolgen. Wenn ich die Option wählen würde, dann würde der Stuhl abgeholt werden. Ich würde einen Leihstuhl in der Zwischenzeit bekommen. Es hätte aber auch sein können, dass es kein OnePlus, sondern ein normaler Backforce wäre. Der wäre mir bei meinen zwei Metern einfach zu klein. Aber den hätte ich dann bekommen können, solange mein Stuhl repariert wird und dann wäre mein Stuhl wieder zurückgekommen und dann wäre die Leihstellung im 1 zu 1 Tausch quasi getauscht worden. So, diese Option gab es und es gab die Option neu, neu gegen gebraucht oder wie nennt sich das, nee, gebraucht gegen neu glaube ich oder Austausch gegen neu. Okay, dann hieß es, pass auf Bogi, du kriegst von uns einen neuen Stuhl gebracht, solange kannst du den Stuhl noch benutzen und dann wird dieser Stuhl bei dir abgeholt und du bekommst einen neuen. So, und da habe ich dann erst mal gesagt, ja Moment mal Leute, ich kann ja aber nichts dafür, dass er kaputt ist. Ja, muss ich den Stuhl dann aufbauen? Dann hieß es, ja, da habe ich gemeint, ja gut, aber das ist ja ein Defekt, ja, ich kann ja eigentlich nichts dafür. Dann hat der Support gesagt, ja gut, wir wissen jetzt ja halt nicht, es ist das Drehkreuz, es ist die Gasfeder. Er müsste quasi, der Techniker müsste ja quasi einen ganzen Stuhl mitbringen, weil er noch nicht per Ferndiagnose sagen kann, woran es genau liegt, weil angeblich hätte es diesen Fall auch noch nicht gegeben. So, und dann habe ich dann gesagt, ja, kann er mir nicht aufgebaut werden, weil, ganz ehrlich, ich war einfach zu faul ihn aufzubauen. Ich habe mir gedacht gehabt, okay, er wird geliefert, bestimmt an einem Tag, wenn ich am Arbeiten bin und ich brauche den Stuhl, ich will mich nicht hin, gut, ihr habt es in dem Video gesehen, er ist sehr schnell aufgebaut, ja. Aber ich dachte mir, keine Lust, ich hätte ihn gerne, soll der Techniker, soll ihn aufbauen, aber vor allem mit dem Hintergedanken, dass wenn der Aufbau irgendwie schief läuft oder schief im wahrsten Sinne des Wortes und der Stuhl wirklich wieder irgendeinen anderen Mangel hätte, dann hätte ich dann direkt dem Techniker sagen können, hier, so, das geht nicht, ja, kannst du direkt wieder mitnehmen oder so. Das war eher der Hintergedanke dabei. Aber ich habe mich halt, das hieß dann, okay, er wird aufgebaut. Aber momentan ist die Liefersituation schlecht, weil viele Stühle, was heißt viele Stühle, die Anforderung oder die Bestellmenge ist sehr hoch bei diesen Stühlen. Also von daher hieß es, es könnte Mitte Mai werden oder sowas. Und im Endeffekt am 11. Mai habe ich dann einen Anruf bekommen von GoExpress, die machen die Auslieferung für Backforce oder für Interstuhl und haben gesagt, die bringen mir den Stuhl. Und dann habe ich noch am Telefon gesagt, aber denkt dran, wegen dem Aufbau. Und dann hieß es von GoExpress, Moment mal, wir sind GoExpress, wir liefern den Stuhl, wir sind keine Backforce-Mitarbeiter, wir bauen da gar nichts auf. Und ich dann, okay, ich werde jetzt mal beim Hersteller nochmal nachfragen, weil es wurde mir eigentlich zugesagt. Und dann hieß es, kann man sich nicht vorstellen und so, also von der Go-Seite. Und dann wurde mir bei Backforce auch gleich gesagt, oh Entschuldigung, das war schief gelaufen. Ja, es ist hinterlegt im System, der Stuhl soll aufgebaut werden, dann wäre er aber ein bisschen später gekommen. Ja, das hat sich so überschnitten quasi. Und dann wurde mir nochmal angeboten, möchtest du den Stuhl getauscht haben am 11.05., da musst du ihn selber aufbauen, oder sollen wir etwas später vorbeikommen und ihn aufbauen. Da habe ich mir gedacht gehabt, ach komm Leute hier, ich will ja niemanden das Leben schwer machen, ich habe ihn schon mal zusammengebaut, aber ich werde euch hier kein weiteres Unboxing oder sowas zeigen. Ich habe den Stuhl bekommen am 11.05., war ein super netter Lieferservice, hat mir den auch noch hier reingetragen. Die Box ist recht schwer übrigens mit dem Stuhl, ja. Und dann hatte ich diesen Stuhl hier, habe ihn ruckzuck aufgebaut, hatte vorher meinen anderen Stuhl schon hochgestellt. Habe mich zwischenzeitlich wieder auf meinen alten Lederchefsessel, ihr habt den im anderen Video auch gesehen, den habe ich immer noch hier im Zimmer stehen, versteckt, dass ihr ihn nicht seht. Habe ich mich drauf gesetzt und habe erst mal gemerkt, okay, da gibt es gewisse Qualitätsunterschiede, auf jeden Fall. Weil ich habe nochmal, falls ihr das andere Video nur zu teilen gesehen habt oder gar nicht, ihr wisst ja vielleicht nicht, wie ist mein Sitzverhalten. Mein Sitzverhalten sieht so aus, ich bin, sag mal, acht bis zehn Stunden, sitze ich von der Arbeit her, sitze ich auf dem Stuhl, weil ich im Homeoffice bin momentan. Und ich bin ja auch YouTuber und Twitch-Streamer. Also, was mache ich noch? Ich sitze abends oft an meinen Videos und ihr seht ja, es ist dunkel. Und wenn es dunkel ist, ist es Unbox-Time. Nein, tagsüber komme ich einfach nicht zu solchen Videos. So sieht es aus. Ja, also sitze ich abends auch nochmal, ja, zwei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden, je nachdem, nach Lust und Laune, sitze ich eine ganze Weile auf diesem Stuhl. Also, er hat quasi eine ganze Menge auszuhalten. Jetzt habe ich ihn auch mal hier in der Kipp-Position, wobei ich normalerweise die Kipp-Position gar nicht habe. Ich glaube, ich bin mehr ein Freund davon, von der festen Lehne, da ich die Lehne eingestellt habe. Man kann sie ja arretieren und bam, in der Position, wie man sie gerne hätte. Und dann ist es ja fix. Gut, also, dann würde ich auch schon sagen, kommen wir schon mal zum Fazit, oder? Sollen wir zum Fazit kommen und danach zu euren Kommentaren? Ja, so machen wir es. Und zwar mein Fazit. Ich habe den Stuhl behalten. Der Stuhl ist sehr teuer, ja. Der Stuhl ist aber auch sehr hochwertig. Das muss man auch dazu sagen. Aber er hat trotzdem auch seine kleinen Mangos, würde ich mal sagen. Und zu denen kommen wir auch gleich. Aber was ist denn gut? Es wird, ich habe im Foren und sowas gelesen, er wird als hart empfunden von der Sitzfläche. Ich finde das gut. Aber ich lullere da auch so ein bisschen auf dem Stuhl rum, ja. Ich sitze da nicht so hier, au, da kommen wir gleich zu einem Mangos. Das hat sich eben schon angekündigt. Nachladen. Und zwar sitze ich nicht so, hallo, ich bin jetzt ganz der brave Bogie und sitze hier gerade auf dem Stuhl. Nein, ich sitze mal hier so, ein bisschen zurückgelehnt und so. Die Lordosenstütze hinten, schön im unteren Rücken drin. Und ich kann euch auch gleich nochmal zeigen, dann, wenn wir auf die Kommentare eingehen, auf welche Sitzposition ich ihn denn habe. Also erstmal, ich habe mir, ich habe ja den Plus One, One Plus. One Plus, oder? So heißt er. Ich habe ja die Lordosenstütze auch in der Lehne. Ich habe die entsprechend eingestellt. Und hier das Kopfkissen. Ist ganz cool. Aber ich denke drüber nach, mir noch das normale Kopfkissen dazu zu kaufen. Kostet ja irgendwie, weiß nicht, 30 Euro oder sowas. Kostet nicht die Welt und soll aus einem bequemen Stoff sein und sowas. Und ich werde es bestellen. Und wenn ich es bestellt habe, kann ich es euch gerne präsentieren, wenn ihr euch das anschauen wollt. Wenn ihr auch ein Unboxing, ein Unboxing wird es da wahrscheinlich nicht geben, oder? Man macht eine Schachtel auf und es ist ein Kissen drin. Aber ich weiß nicht, interessiert euch sowas? Schreibt es in die Kommentare. Aber ansonsten, wenn es kommt, mache ich ein kurzes Video zu. Schadet nicht. Wenn es keiner sehen will, auch gut. Wenn es euch interessiert, dann wunderbar. Dann haben wir doch alle was gewonnen dabei. Also, ich sitze bequem auf dem Stuhl. Die vielen Einstellmöglichkeiten finde ich gut. So, jetzt hat er Stuhl Funktionen, die ich zum Beispiel nicht nutze. Also die Armlehnen, man kann sie ja. Sieht man sie gerade hier hinten von der Position? Ich glaube nicht, ich muss die Kamera weiter runterstellen. Habe ich jetzt keine Lust zu. So, man kann die Armlehnen nach hinten wegkippen. Also, über die Funktionen grundsätzlich brauchen wir in dem Video ja nicht reden. Kennt ihr bestimmt, oder? Wenn ihr euch mit diesem Stuhl hier beschäftigt, dann kennt ihr ja diese Funktionen. Also, die Armlehnen lassen sich nach hinten wegklappen, um im Schneidersitz zum Beispiel auf dem Stuhl zu sitzen. Bin ich jemand, der im Schneidersitz sitzt? Nein. Also, ich brauche die Armlehnen vorne. Ich finde Armlehnen wichtig und das ist auch der größte Makel an dem Stuhl. Ihr habt es gerade eben ja gemerkt, hier so, Armlehne verstellt sich. Ich muss da doch mal gleich mit der Kamera weiter runter. Ich muss euch das zeigen. Wie machen wir das denn? Ich mache das jetzt mit der Kamera. Wartet mal. Und reicht. Ist jetzt die Armlehne besser zu sehen? Ja, oder? Ist doch eben hier nur auf dem kleinen Bildschirm so ein Mikrofon. Hallo, hallo. Und zwar die Armlehnen hier. Die lassen sich ja verstellen. Jetzt habe ich den Sitz unten. Die Sitzfläche lässt sich ja ebenfalls verstellen. Ich hatte es anfangs ganz vorne. Und da haben ja manche auch so in die Kommentare reingeschrieben. Da kommen wir auch noch gleich zu, wie gesagt. Haben in die Kommentare reingeschrieben. Jebogi, rutschst du da nicht mit dem Hintern in diese Rille rein? Nein, war bei mir nicht der Fall gewesen. Aber trotzdem fand ich dann bequemer zu sitzen. Ihn fast ganz ausgefahren zu haben. Ein bisschen zurück. Aber ich habe auch nicht diese Regel hier mit den drei Fingersäulen zwischen Kniekehle und Sitzfläche sein oder sowas. Das habe ich nicht. Ich sitze bequem auf dem Stuhl. Die Höhe habe ich mir gut eingestellt und alles. Und ich merke ja, sitze ich gut? Habe ich abends nach der Arbeit oder nach dem Streamen und so weiter, habe ich Rückenschmerzen, wenn ich von dem Stuhl aufstehe? Nein, habe ich nicht. Aber als der Stuhl getauscht wurde, musste ich erst mal wirklich lange an den Einstellungen rumfriemeln, um wieder meine Sitzposition zu haben, wie vorher bei meinem ausgetauschten Stuhl. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Autofahrer seid und ihr habt einen Sitz verstellt und ihr habt jetzt vielleicht nicht den Luxus eines Sitzes mit Memory-Funktion, der sich wieder so einstellt auf Knopfdruck, sondern es wurde manuell was verstellt. Jemand anderes ist das Auto gefahren, solche Dinge halt. Und dann hat man das Problem sehr schnell, man merkt so, man sitzt nicht richtig, irgendwas ist falsch, dann drückt es hier, zwickt da und so war das mit dem Stuhl genauso. Und dann erst mal war der Stuhl ja neu. Ich habe ja einen neuen Stuhl bekommen. Und dann habe ich auch erst mal das Gefühl gehabt, ich meine, ist er unbequemer als der Stuhl davor? Ich weiß es nicht, aber nein, es war nicht unbequemer. Es war einfach wieder die Gewöhnungszeit des neuen Stuhls und diese Gewöhnungszeit waren circa eine Woche. Deswegen, was ihr ja auch in den Kommentaren gesagt habt mit dem 14-Tagen-Rückgaberecht oder sowas, ihr könnt ja testen einfach den Stuhl, wenn er euch gefällt, weil nicht jeder Stuhl ist für jeden, ach, nein, das sage ich nicht, ist für jeden Hintern gemacht. Wäre ja fast als Beleidigung aufzufassen, aber es wäre ein gutes Sprichwort, aber ich sage es extra nicht, weil nur weil ich auf dem Stuhl gut sitze, heißt es nicht, dass du, du oder du ebenfalls gut auf diesem Stuhl sitzen. Da gilt es, probieren, probieren geht über studieren, wie man so schön schon damals gesagt hat. Also von daher, probiert den Stuhl doch einfach aus und dann werdet ihr sehen, ob ihr gut darauf sitzen könnt oder eben nicht. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Also wie gesagt, ich finde schon mal, ich finde ihn, ich finde ihn super. Ich hätte es cool gefunden, wenn man noch die Rückenlehne verstellen könnte. Ich finde es bei den Armlehnen schade. Sie verstellen sich zu schnell. Ja, das geht schnell. Man ist jetzt mal irgendwie hier und verstellt. Ist grundsätzlich bei mir nicht so tragisch, weil ich habe die Armlehne in der hintersten Position. In der hintersten Position und hier so in der Mitte seitlich verstellt sich es nicht so schnell. Das geht ja auch verstellen. Hier ist er schon feste von der Verstellung. Sonst wurde ja auch öfter kritisiert, Armlehnen seien zu locker. Finde ich nicht. Also grundsätzlich rumklappern oder sowas. Das haben sie weder bei dem ausgetauschten Stuhl noch bei diesem hier getan. Ja, aber was halt ist, sie verstellen sich hier zu leicht. Da würde ich mir persönlich wünschen, dass man irgendwie so einen Arretierungsknopf hat oder sowas. Man drückt einen Knopf und dann kann man sie verstellen obendrauf. Das habe ich auch dem Support gesagt, habe gemeint, hier Leute, ich mache YouTube-Videos über euren Stuhl. Und die Leute schauen das. Und gar nicht mal wenige haben sich das Video angeschaut und haben auch sehr positiv auf dieses Video reagiert. Und habe gesagt, okay, ich habe ja vielleicht, das heißt Reichweite, wenn ich das als Kanal hier mit 400 Abonnenten oder sowas, 444, sage, ist das natürlich was anderes, als wenn jemand mit 50.000 oder so das sagt. Der hat natürlich eine andere Reichweite. Aber hier landet ihr ja, weil ihr gezielt nach diesem Stuhl geschaut habt. Also von daher habe ich gesagt, Leute, ändert es doch einfach, wenn ihr das irgendwie machen könnt. Ich meine, es ist leichter gesagt als getan. Da steckt eine ganze Entwicklungsabteilung und sonstiges mit dahinter. Die Produktion muss umgestellt werden und so. Verstehe ich alles, alles, alles gut und so. Aber ich habe von mehreren Leuten gehört, die Armlehne verschiebt sich zu schnell obendrauf. Sehe ich auch so. Cooler wäre es, wenn es fest ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das ist auch Leute, wobei, weiß man ja nicht, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob da jemand von euch dabei ist, der sagt, boah, ist voll geil, dass sich das so schnell verstellt oder sowas. Ja, keine Ahnung, ja. Wenn man, wir Gamer, wir haben keine Power oder so. Müssen fest dann da drücken und so. Aber was auch noch ist, so. Jetzt habe ich ja, ich sitze ja so auf der Kante, lehne mich mal zum Beispiel zurück. Und beim Zurücklehnen bleiben die, die bewegen sich auch mit. Da hat er dieses spezielle Feder, diesen Federmechanismus, ja, um die Rückenmuskulatur quasi ein bisschen zu schonen und zu trainieren. Was heißt trainieren? Es ersetzt kein Rückentraining, der Stuhl. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, und wenn ich jetzt mit dem Stuhl weiter nach hinten gehe, ja, ich gehe weiter nach hinten, dann wird dieser Spalt hier, wird größer. Ja, und wenn ich jetzt hier so sitze zum Beispiel und mache meine Hände, ich verschränke die hier vorne, lege die hier runter, dann sind meine Arme nicht mehr auf den Armlehnen, sondern in den Löchern. Und ich müsste sie hier vorne ablegen. Und gerade wenn ich jetzt überlege, bei einem Gamingstuhl oder auch mal zur Mittagspause, ja, man möchte vielleicht nicht aufstehen, möchte noch irgendwas anderes am Rechner machen, man lehnt sich mal zurück, möchte sich mal ein bisschen entspannen, finde ich es hinderlich. Also wirklich gesagt, Abzug in der B-Note, die Armlehnen. Ansonsten, Sachen, die gesagt wurden, wie gesagt, wir kommen wieder zum Kommentaren, Übergang hinten in der Rückenlehne, Sitzwinkel vorne und so weiter, habe ich alles nicht, diese Probleme. Ich bin zufrieden mit dem Stuhl. Ich muss mal schauen, ob ich euch den Stuhl unten in den Kommentaren, was heißt in den Kommentaren, nicht in der Beschreibung verlinken kann. Und da könnt ihr ja mal euch den Stuhl selber anschauen und müsst für euch überlegen, ob euch die 647 Euro, 647, weil hier mit Pads drauf und wie gesagt, Plus One, der normale kostet, glaube ich, 499, der normale Backforce. Kann ich jetzt nicht beurteilen, will ihn auch nicht beurteilen, weil ich habe ihn nicht. Ich habe aber drauf gesessen, ne, doch, ich habe zum Probesitz, ich wollte diesen hier Probesitzen und fälschlicherweise stand dort ein normaler Backforce. War auch schon bequem, aber er war mir einfach zu klein. Aber wenn ihr jetzt so, was ich, 1,70, 1,80 seid oder sowas, passt ihr vielleicht gut drauf. Probiert es aus. Ich kann auch den zweiten Stuhl mal verlinken, aber verwechselt dann bitte nicht, wenn ich den anderen hier unten von Amazon, ich glaube, bei Amazon ist der andere, wenn ich den verlinke, nicht, dass ihr nachher bestellt und sagt dann so, der Stuhl hat ja gar nicht die Funktion, wie der Bogie gesagt hat und so. Wir reden hier ausschließlich vom Backforce One Plus. Der Stuhl für, ich glaube, aktuell 647, wenn ihr die beiden Schulterpads an 9 Euro noch mithaben wollt. Also ansonsten, sagen wir mal, roundabout 650 Euro. Und preislich ist ja auch irgendwie anscheinend nichts zu machen oder so. Jetzt kommen schon die lustigen Fails, wir sind vorerst mit dem Video schon wieder fast zu Ende hier. Ah ja, ich habe einfach zu lange geredet. Ich hoffe, dass euch das geholfen hat. Wie gesagt, wir gehen jetzt noch auf die Kommentare ein. Und ich habe ja gesehen gehabt, erstmal vielen lieben Dank an euch für eure Unterstützung, dass ihr so viel in den Kommentaren geschrieben habt, dass ihr so viel den Kanal durch dieses Video abonniert habt auch, ja. Und ich hoffe, dass das ihr vielleicht trotzdem bleibt und euer Abo nicht löscht oder sowas, weil es werden ja bestimmt auch noch, wie gesagt, das Kissen wird noch kommen, aber auch nicht nur wegen dem Backforce One. Also allgemein habe ich nicht nur den Gaming-Content, sondern ich möchte auch ein bisschen auch mal mit Talks, also sogenannten Bogey-Talks, was wir auf dem Kanal machen, Spiele-Content und aber auch Unboxing und diverse Themen zu Hardware oder zu Geräten, die dann halt angeschafft werden. Und ich muss mal hier Pause drücken, ansonsten läuft das nächste Video von mir an und sowas. Das wollen wir natürlich nicht, wir bleiben jetzt mal so an der Stelle. Und nun kommen wir zu euren Kommentaren. Aber falls ihr es bis hierhin durchgehalten habt, lasst doch mal ein Like da. Würde mich sehr freuen und ich freue mich auch auf die Kommentare, die ihr hier wieder reinschreibt. Und dann lasst uns mal auf die ganzen Kommentare kümmern und wo sind sie denn? Auf Kommentare, kommt rein. Falls ich jetzt von einem von euch einen Kommentar vergessen habe oder nicht ausgewählt habe, seid nicht böse. Ich hoffe, dass dann diese Fragen auch in den anderen Kommentaren beantwortet wurden. Aber fangen wir einfach mal an. Joffras schreibt, hey, haben Sie eine Versandbestätigung oder einen Anruf bekommen? Ich habe am 18.03. bestellt und noch keine Nachricht bekommen. Ich würde mal sagen, vielleicht mal sicherheitshalber im Spam-Ordner nachschauen. Bei mir, ich habe ganz normal eine E-Mail erhalten und ich habe auch einen Tag vor Anlieferung, also ich glaube, es war einen Tag vorher, einen Anruf erhalten, wann angeliefert wird. Jetzt wurde mit mir abgesprochen. Ich hoffe, ich habe da eine Frage damit beantworten können. Aber das heißt natürlich nicht, dass es in anderen Fällen genauso läuft. Darf man halt auch nicht vergessen. Fatvan, hallo Onkel Bogi, bis dein Video zum Langzeit-Fazit kommt, kannst du mir vorab schon etwas mehr zum Sitzkomfort sagen? Ich habe beim Betrachten des Stuhls immer den Eindruck, dass die Sitzfläche selbst in der oberen Neigungsposition etwas nach vorne abfällt und man somit abrutschen könnte. Täusche ich mich da? PS, tolles Video. Danke dir, tolles Kommentar. Und zwar die Neigungsposition. Da zeige ich dir gleich mal zwei Bilder zu. Ich habe nämlich extra mal eine Wasserwaage auf den Stuhl gelegt, um das zu verdeutlichen. Das ist einmal die Position und das ist die zweite. Man sieht deutlich den Unterschied von dem mittleren Punkt mit der Wasserblase, Wasserblase, mit der Luftblase. Einmal ist es halt die abgesenkte Position und einmal die erhöhte Position. Und wie man sieht, nein, es ist nicht in beiden Positionen nach vorne geneigt. In der einen ja, in der anderen nein. Aber ich habe auch bei beiden Positionen nicht wirklich das Gefühl, nach vorne rutschen zu müssen oder so. Aber ich habe ihn auch so in der Position, dass die Sitzfläche vorne nach oben geht. Also quasi das Entgegengesetzte. Dr. Speed, super Video. Ich habe auch den Backforce One Plus sogar gleiche Farbe. Die Tage habe ich das Nackenkissen bekommen. Das ist echt super bequem. Was mich interessieren würde, bei mir finde ich, dass der Arm, der hoch geht, zur Armlehne ordentlich Spiel hat. Man kann ihm bei mir einiges vor und zurück bewegen. Ist das bei deinem auch so? Aber ich habe das jetzt hier gerade, weiß nicht, ob man es sogar im Hintergrund sogar vielleicht hören kann. Bei mir sind die recht fest. Das ist ja auch eigentlich, selbst wenn es unten die Schrauben wären, kann ja eigentlich nicht sein, weil das ja unten aus dem Arretierungsgelenk kommt, wo man neben diese Stifte die Knöpfe drückt. Was ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht in den ersten Serien vielleicht ein Problem war und die haben dann später was von der Produktion umgeändert. Ich kann es dir nicht sagen. Also bei mir wackelt es nicht. Also weder bei dem, den ich jetzt habe, noch bei dem, der getauscht wurde. Leinert12345. Hallo Onkel Bogi, danke fürs tolle Video. Hast du schon ein Video nach den zwei Wochen? Ja, gerade eben. Aber nach zwei Monaten leider. So, habe den Backforce OnePlus jetzt seit ein paar Tagen und der ist echt toll. Aber ein paar Probleme habe ich schon damit und wollte dich jetzt fragen, wo du ihn doch schon ein paar Wochen hast. Ich bin selbst 1,95 groß. Wie geht es dir mit den Armlehnen? Ich verstelle sie immer wieder versehentlich und es ist ein bisschen anstrengend, wenn man sich immer wieder mal umsetzt, da ich dazu neige, einen Fuß hochzunehmen etc. Gut, bevor ich jetzt weiterlese, gehe ich schon mal direkt auf diese Frage ein. Also bei mir hat man es ja auch gesehen. Auch hier, na, diese Verstellung meinst du? Ja, die verstellt sich zu leicht. Ganz klar, habe ich auch im Video bemängelt. Hätte ich auch gerne anders. Das zweite ist, wie geht es dir mit dem Rücken? Ich bin seit zwei Tagen im Sessel mit mehreren Stunden und habe das Gefühl, mein unterer Rücken tut weh nach einigen Stunden zocken. Jetzt ist die Frage, wie lange hast du ihn? Der steht oben seit ein paar Tagen. Hast du das Problem immer noch oder hat sich das bei dir gelegt? Bei mir war es so, ich fand den Stuhl auch die ersten Tage eher unbequem. Und nachdem ich mich daran gewöhnt habe, habe ich super drauf gesessen. Wie gesagt, nach dem Austausch, nach der Retour, hatte ich dann auch wieder ein bisschen Gewöhnungsphase mit, entweder liegt einem der Stuhl oder halt nicht. Das Wippen, was ich sehr schade finde, ist, dass man die Härte des Wippens nicht einstellen kann und es doch sehr leichtgängig ist und nicht das Gefühl habe, den Widerstand zu spüren, wodurch du meistens doch ganz zurück gehst. Du hast vermutlich noch nicht das rechte Rad gedreht. Also du hast ja links zwei Räder, einmal aufs vordere für die Lordosenstütze und das hintere, um die Wippmechanik einzurasten oder lose zu stellen. Und du hast aber auch rechts auch ein Drehrad. Und mit dem rechten Drehrad kannst du, ich glaube, das sind bestimmt sieben, acht Stufen oder so sogar, die Härte einstellen. Und ich bin, wenn du es nach vorne drehst, wird es härter. Und ich bin da, glaube ich, auf der drittvorletzten Stufe. Also selbst ich bin bei knapp, ja, weiß nicht, 95 Kilo, habe ich nicht die härteste Stufe gewählt und kann trotzdem, wenn ich mal die Wippfunktion anhabe, mich so ordentlich vom Gegendruck halt einstellen. Aber das kannst du rechts einstellen. Ich denke mal, du hast da noch nichts eingestellt dran. Würde mich über eine Antwort freuen und einen Follower hast du. Danke für den Follower übrigens, Liner. Danke, danke. Hardware Jungle, tolles Video, nicht so Werbeschrott wie die viel Bling Bling, wie bei den anderen. Ich bin 1,92, 100 Kilo schwer, Größe passt super für mich. Was ich nicht gut finde, ist die Verlegung der Lodoseneinstellungen. Die sind so dermaßen geknickt und gequetscht, schwergängig, Tiefenverstellung, Anfang immer ein bisschen, passt das ja. Ich habe es einfach mal ein bisschen zusammengefasst, ja. Gebe ich dir recht, also ich hatte die auch erst vorsichtig verlegt, bevor ich sie festgeschraubt habe. Und dachte beim Festschrauben, oh, ob der Knick in den Leitungen so gut ist für den Stuhl. Aber, ja, ich sag mal, wie du auch selber sagst, ich habe die einmal eingestellt und dann verstelle ich die nicht mehr. Armnehmen sind wirklich viel dazu leicht zu verstellen. Bei jedem Aufstehen und Hinsetzen, verstellt man die Dinger aus Versehen. Jetzt noch zu der Sitztiefenverstellung. Der Hauptgrund, warum ich diesen Stuhl bestellt habe, ich habe den Stuhl vor einer Stunde aufgebaut und mich jetzt mal ein bisschen draufgesetzt und mich stört der Spalt definitiv. Wenn ich mich nach hinten setze, hängt mein Bip, 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 Bip in der Luft. Natürlich sitzt man so nie lange, aber wenn man sich richtig hinsetzt, sodass einen die Lodose und auch die Rückenlehne wirklich stützt, muss man hinten sitzen. Ansonsten setzt man sich auf einen Hocker ohne Rückenlehne. Er kommt zudem wirklich noch etwas tiefer von der Sitzfläche sein. Ja, definitiv gebe ich dir recht. Guck mal, du bist 1,92. Ich bin 2 Meter groß. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die Sitzfläche mal locker 5 Zentimeter länger ist. Bei mir stehen die, ich habe auch zwischen Kniekehle und Sitzfläche, ordentlich Luft. Es könnte weniger sein, würde ich mir auch wünschen. Aber gut, aber vielleicht gibt es ja irgendwann einen mit einer extra langen Sitzfläche. Wäre cool. Unterm Strich geiler Stuhl, aber viele kleine Baustellen und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn behalte oder nicht. Denn der Preis sagt mir, dass man wenig bis keine Kompromisse eingehen sollte. Wie erging es dir nach einer gewissen Testzeit? Und hast du überlegt, ihn zurückzuschicken oder sogar getan? Wie gesagt, zurückschicken nur wegen der Reparatur bzw. des Austauschs. Aber grundsätzlich, ich war echt froh, endlich einen Stuhl gefunden zu haben, wo ich beim Kopf auch noch die Kopfstütze oben erreiche und alles. Also, er ist schön fest auch von der Polsterung. Ich sitze da gut drauf. Du hast ein ähnliches Gewicht wie ich. Wie ist es denn bei dir ergangen? Hast du ihn denn zurückgeschickt oder hast du ihn behalten? Wäre natürlich cool, wenn du da nochmal was zu sagst. Ich denke leider, wir Riesen müssen uns mit dem Stuhl arrangieren. Wir haben leider nicht die Maße von der Stange wie der Durchschnittsmensch, die auf hohen Ostern. Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, es gibt Hosen für lange Menschen. Warum gibt es nicht extra Stühle für große Menschen? Das verstehe ich auch nicht. Aber ja, das war genau mein Punkt auch, warum ich lange gesucht habe und haben wir doch hoffentlich einen Stuhl gefunden für uns großen Menschen, oder? Ja, Gaming sagt. Ich habe gestern meinen Widerruf abgeschickt am Backforce. Ich komme mit 1,90 und 80 Kilo einfach auf keine vernünftige Sitzposition bei diesem Stuhl. Ich sitze aktuell auf einem Nobel Shehue. Und ich habe das Problem beim Backforce, dass ich mit meinem Hintern beim maximalen Auszug des Sitzes hinten in den Spalt rutsche. Das ist unglaublich unbequem auf Dauer. Leider sitze ich enorm viel darauf und brauche mehr Sitzfläche. Bin erstaunt, wenn ihr bei ähnlicher Körpergröße da so sauber sitzen könnt. Ich bin weiterhin jetzt auf der verzweifelten Suche einer etwas weicheren, bequemeren als meinem Nobel Shehre. Der ist einfach erheblich zu hart im Bereich der Sitzfläche. Ich hoffe, du bist fündig geworden. Dann teile doch einfach mal dein Wissen und deine Erfahrungen mit uns und schreib es nochmal in die Kommentare. Aber komischerweise, ich weiß nicht, vielleicht ist mein Hintern hinten mehr abgerundet oder was. Keine Ahnung. Ich rutsche da nicht rein, ja. Genex. Ich habe meinen Stuhl leider auch retouren müssen. Bin 1,75 und 75 Kilo und habe keine bequeme Einstellung für mich finden können. Die Armlehnen waren bei mir auch ein großes Thema wegen der zu viel leichten Verstellung. Sitze nun seit zwei Wochen auf einem China-Stuhl von Amazon. Was soll ich sagen? Sitze dort besser drin als im Backforce. Und das für ein Drittel des Preises hätte ich niemals für möglich gehalten. Ja, das freut mich, dass du einen passenden Stuhl für dich gefunden hast. Aber ist natürlich auch die Frage. Ich meine, du kriegst hier bei dem Backforce, wie lange ist die Garantie? Zehn Jahre? Ich glaube, das Suchteil ist natürlich halt sein Vergleichspan. Und da habe ich mir ein anderes Video angeschaut. Da haben sie diese China-Stühle mal mit einem Teppichmesser aufgeschnitten. Und innen drin diese billige Metallverstrebung und sowas. Das ist natürlich was anderes als dieser feste Schalenkorpus, der jetzt hier aus Holz mit in den Backforce eingearbeitet ist. Also ich bin froh, dass ich mir nicht so einen China-Kracher geholt habe. Vor allem weiß man halt nie, wie sieht der nach einem Jahr aus. Gerade ist die Garantie vielleicht rum und schon löst sich das Polster irgendwo auf. Oder innen drin die Gummierung wird, wird weich. Von daher wollte ich kein Risiko eingehen. Dann lieber deutsche Wertarbeit. Wieso getausch? Knackter Stuhl bei dir auch. Wenn du die WIP-Funktion benutzt bzw. dich nach hinten legst. Pat Van Whist, das Phänomen hatte ich am Anfang auch und war schwer enttäuscht. Bin dem aber auf die Schliche gekommen. Bei mir war das Kabel der Lodosenverstellung dort, wo Rückenlehne und Sitzfläche aufeinandertreffen, zwischen dem Metall geraten und hat somit ein Quietschen bzw. Knarren verursacht. Obwohl alles ordnungsgemäß durch die Kabelführung geführt wurde. Ich denke, es kann aber von Zeit zu Zeit wieder dort hineinrutschen, sodass man immer wieder mal nachkorrigieren muss. Vielleicht hilft dir das ja. Also wie gesagt, bei mir ist das nicht eingeklemmt. Aber wenn das bei euch Abhilfe geschafft hat, ist das natürlich super. An der Stelle möchte ich nochmal anmerken, ich sitze nun ein paar Tage auf dem Stuhl und bin doch zufrieden. Allerdings nicht uneingeschränkt. Die Sitzfläche ist meiner Meinung nach der Grundform mindestens 3 cm zu kurz. Ja, unterschreibe ich. Bin 1,87 m. Natürlich kann ich die Sitzfläche nach vorne schieben, trotzdem entsteht dann eine recht große Lücke am Rücken. Für mich okay, aber wenn man zum Beispiel wiederum meine 1,70 m Freundin in den Stuhl nutzt, passt es wieder nicht. Ich hätte mir da eine bessere Grundeinstellung gewünscht. Ich finde, dass der Stuhl maximal für Personen bis 1,85 m oder mit kurzen Beinen wirklich gut geeignet ist. Außerdem finde ich die Kante am Übergang vom Stoff des unteren Rückens zum oberen Schulterbereich aus Kunstleder nicht eben genug. Man spürt es zwar, nur wenn man sich darauf konzentriert, aber das geht besser. Letztlich behalte ich den Stuhl aber auch wegen der wegklappbaren Armlehne, da ich Gitarre spiele und mich nun am Rechner mehr Home-Recording beschäftigen will. Das ist letztendlich für mich das entscheidende Argument. Die restlichen Ergonomie-Funktionen sind ordentlich. Und ich habe auch das Knasten beim Wippen. Bei mir kam es von den vier Schrauben, die Rückenlehne mit dem Stuhl verbinden. Schrauben gelockert, etwas wie die 40 von unten an die Schraube und zwischen dem abheberen Plastikteil und das Metall von der oberen Seite. Und der Stuhl ist vollkommen leise. Also wie gesagt, da gagst bei mir nicht. Ich habe aber diese vier Schrauben ordentlich rangebuttert. Also was heißt, ich habe gedacht, nicht, dass ihr denkt, der Butter hat drunter geschwirrt. Nein, ich habe die aber richtig feste angezogen. Vielleicht sind die bei euch zu locker. Das könnte mir dann noch ein Knarzen mit vorstellen. Mit dem Übergang hinten, das habe ich schon mal irgendwo anders auch gelesen. Ich merke das gar nicht. Ich habe ein T-Shirt an und ein Hemd drüber, also einen dünnen Stoff. Und trotzdem spüre ich das nicht mit dem Rücken hinten. Daniel Ruff, danke für das tolle Review. Ich überlege auch gerade, das Backforce One Plus mir zuzulegen. Du wolltest auch ein Update machen nach zwei Wochen Nutzung. Wie ist so der Sitzkomfort? Ist es nicht zu hart? Ich sitze über acht Stunden täglich. Es muss halt sehr bequem sein. Wäre auch dankbar für ein Update? Ich auch. Und ihr habt es bekommen. Von Maruan. Top Video. Ich bin selbst sehr groß und du beantwortest alle Fragen, auf die ich eine Antwort gesucht habe. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf dein Fazit. Maruan, ich freue mich auf deinen Kommentar, wenn es kommt. Und ihr habt natürlich nicht nur hier Maruan einen Daumen nach oben verdient und ein Herzchen, sondern ihr habt es auf eure Kommentare auch bekommen. Außer ich habe jetzt irgendwo mal eins vergessen. Dann Asche auf mein Haupt. Also ich hoffe, auch das hat euch geholfen. Und jetzt angenehmes Zocken auf dem Gaming-Stuhl. Macht's gut. Bis dann. Euer Onkel Bogi. Ciao. Also Leute, lasst ein Like da, gerne auch ein Abo und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Also bis dann. Macht's gut. Euer Onkel Bogi. Ciao.